Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy 13 2, was bisher geschah. So, der zweite Versuch. Ich habe euch nämlich eben schon begrüßt, nur ihr wisst nichts davon. Und zwar bin ich hier jetzt eben schon ein Stück nach vorne gelaufen, hier auf dieser Fläche. Ich bin aber nur bis zur Mitte gewesen und habe dann gesehen, dass ich die Aufnahme gar nicht gestartet hatte. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass ich draufgeklickt habe. Ich muss mal nach der Aufnahme nach meiner Maus schauen. Könnte sein, dass da die Batterien eventuell leer gehen. Ja, okay, also ich bin eigentlich zur Mitte gelaufen, ja, denn wir haben ja hier unsere Aufgabe, halte Kai es auf. Und da ist aber nichts passiert, ja. Also als ich in der Mitte gewesen bin, kam dann halt einfach die Meldung nochmals, halte Kai es auf. Und der Zielort hat sich geändert. Das Zielort hat sich geändert. So, und die Kämpfe, die tauchen hier sehr oft auf, muss ich hier sagen. Okay. Ich hatte jetzt auch einen Kampf hier bestritten, allerdings mit diesen Käfern. Hm, das sind jetzt die, sind die hier? Nein, das ist immer noch dieser Wolf. Was will der denn jetzt von mir? Der soll mal verschwinden. So, das hier wollte ich untersuchen. Beziehungsweise aktivieren, dass wenn wir fallen, dass wir dann hier weitermachen können. So, are you serious? Ey, du gehst mir hier echt auf den Keks mit deinem Mist hier. Ja, ich muss gegen den kämpfen. Ich kann den jetzt nicht da stehen lassen. Meine Güte, ich stehe doch einfach nur hier und warte, bis hier diese blöde Brücke jetzt hier rüber kommt. Naja, sie kommt nicht rüber, aber sie sich gedreht hat, umschlagen hat, wie auch immer. Und das nervt mich jetzt hier schon gerade, dass er jetzt einfach nur hier nervt. Ja, und jetzt wird er sich wahrscheinlich noch heilen. Hier wird sich nicht geheilt. Du musst mir jetzt mal gerade helfen, sonst fängt er hier an, ein bisschen blöd zu werden hier. So, zack. So, können wir den mal in den Schockzustand versetzen? Ja, das hier ist jetzt ein bisschen... Ich glaube, ich sterbe gleich. Ah, ne, das ist Noll. Ah, ne. Sarah geht's gut. Ja, seitdem ich jetzt Noll auch in der Verheererrolle habe, ist das hier jetzt irgendwie ein bisschen schwieriger, habe ich das Gefühl. Naja, gut. Erledigt. Weg ist weg. Kristallpunkte 200. Aber 600 Geld immerhin. Schau da, Element. Ah, stopp, mir fällt gerade ein. Wir sind ja in der letzten Folge ja gar nicht bei unserem Chocobo gewesen. Ja, aber ich kann... Ich habe leider nichts für ihn. Schade eigentlich. So. Möchtest du dich drehen? Das gibt's doch nicht! Das sind diese Käfer, die ich übrigens eben gemeint hatte. Ich wollte gerade rüberspringen. Du Drecksvieh. Boah, kotzen die mich an. Ey, ein Kampf nach dem anderen. Mann, das Ding hat sich noch nicht mal gedreht. Oder kaum gedreht. Wie ätzend. Oh, wenn das hier so weitergeht, ey, dann habe ich hier richtig Spaß in dieser Folge. Und ihr höchstwahrscheinlich dafür nicht. Weil ich ja dann ziemlich launig werde, wenn ich dann so genervt bin. So, komm, schon geht kaputt. Leuston. Sag mal... Ich glaube, ich sollte vielleicht doch nochmal Noll in die Brecherrolle stecken. Ich weiß nicht, da habe ich irgendwie ein besseres Gefühl dabei. Vielleicht meine ich das auch nur. Vielleicht bilde ich mir da gerade was ein. Hm, mal sehen. So, okay, 720, gell? So, umdrehen. Oh, nein, nicht umdrehen. Ja, die lange Seite muss zu mir. Komm schon. Bevor jetzt hier nochmal die Gegner auftauchen. Sollte eigentlich verboten sein. Die Gegner... Are you serious? Ey, da muss ich ja im perfekten Moment rüberspringen, oder was? Der zieht hier voll vorbei. Okay. Okay. Uh, jetzt. Oh, shit. Okay, ich glaube, das muss ich nicht machen. Ich glaube, ich muss hier einfach nur diesen Würfel aktivieren. Oder? Ey, ist das dein scheiß Ernst? Meine Fresse! Wie kann man so nervig sein? So, kaputt. 200 Kristallpunkte, 660, gell? Was? Monsterhorn? Ist das ein Monsterhorn gewesen? Muss da gerade nochmal nachschauen. Ähm, ich gehe mal davon aus. Monsterhorn. Moment. Ne, hier ist nichts dabei. Hier auch nicht. Komponenten Monsterhorn. Ein kurzes, stemmiges Horn, das an der Oberfläche mit zahlreichen Stacheln übersät ist. Okay. So, habe ich... Nein, habe ich nicht. Ich konnte die Kugel nicht aktivieren, weil ich ja hier wieder unterbrochen wurde. Jetzt dreht es sich in die andere Richtung. Ah, okay. Aber jetzt ist er langsamer. Er schwindet doch mal, ey. Wie nervig kann man denn sein, ey. Oh, das ist... Oh, meine Fresse. Ich hasse das. Ich habe doch eben erst gekämpft. Oh, das kann hier ja noch was werden. Immer in Academia. Fangen an, die Monster zu spinnen, habe ich das Gefühl. So. Und wehe, du ziehst jetzt an mir so schnell vorbei. Okay, Gott sei Dank. Dann hätten wir ja das schon mal. Gut, ich will jetzt erstmal hier rüber auf die Plattform. Oh, shit. Oh, wie dumm. Ja, okay. Aber ist ja alles gut. Ah, wahrscheinlich, wenn ich jetzt die Kiste hier geöffnet habe, dreht sich das. Ja, es hat sich schon gedreht. Kontra-Artefakt. Schwestern erhalten. Okay. Okay, ich komme da rüber. Moment mal. Ich muss kurz die Karte öffnen. Kann ich meinen Mukri auch darüber werben, damit er diese Kugel aktiviert? Das wäre ja noch doller, wenn das funktionieren würde. Nee, da drüben ist ja eine Kugel. Dann muss ich die einfach nur aktivieren. Und dann komme ich von der Seite auf diese Seite nochmal und kann dann höchstwahrscheinlich die Treppe dann hier nochmal benutzen, weil hier ist eine Treppe. Und die wird sich höchstwahrscheinlich dann auch nochmal bewegen, weil hier oben... Ich muss da nämlich hin. Ich probiere das einfach. Ich gehe mal stark davon aus, dass dem so sein wird. Genau, ich muss hier stehen bleiben. Ich muss mir das angewöhnen, hier nicht rumzustolzieren. Sonst mache ich nämlich den Abgang. So, ganz genau. So, schnell. Komm, beeil dich ein bisschen. Ja, ey. So, da ist aber jetzt das Gute. Da zieht er jetzt einfach vorbei. Ja, und ich hatte recht. Die Treppe bewegt sich hinten. Sehr schön. Die hat sich nämlich eben nicht bewegt. Muss ich nochmal auf die andere Seite. Genau, du ziehst jetzt da vorbei. Bleibst hier aber stehen. Sehr schön, ja. Und ich sollte vielleicht dasselbe tun und auch stehen bleiben. Und mich nicht bewegen. Denn jetzt geht es hier gleich volle Kraft voraus. Wie im Europapark. Shit. Zack. Okay. Okay. So. Treppe. So, wenn jetzt Kämpfe kommen würden, dann würde ich es gar nicht so schrecklich finden. Ja, dann ist es ja in Ordnung. Aber dann so gleich drei Stück hintereinander, das ist echt schon ein bisschen nervig. Und ich mich dann kaum bewegen kann. Besonders dann, wenn ich dann hier noch warten muss. Super. Okay. Oh, ich könnte da jetzt... Wenn wir uns beeilen und schnell genug sind. Wer ist hier? Oh, okay. Ja, okay. Oh, stopp. Schade. Moment. Ja, ich wollte dich angreifen. Du bist neu, oder? Und du bist alleine? Ab, Kalu. Alles klar. Frostschlag. Ja, das ist in Ordnung. Oh. Ich kann mich nicht bewegen. Ist natürlich nicht so toll. Ja, dafür... Irgendwas ist hier gerade passiert. Warum ist das hier rot? Ich bin kampfunfähig. Ich bin kampfunfähig. Das gibt's doch nicht. Komm, wirf schnell die Phönixfeder. Okay. So, und dann wollen wir den nochmal in den Schockzustand versetzen. Okay, vielleicht sollte ich dann doch mal in die Heilerrolle. Ja, super. Dankeschön. So, und dann jetzt in die Pressure-Rolle. Mein Chocobo. Ey, der hier läuft ja amok. Oh my God. Okay. Ich glaube, ich ändere das nochmal. Ich glaube, ich lasse die beiden jetzt auf... In dieser Pressure-Rolle. Moment mal. Paradigmen manuell. So, und ich habe hier doch... Moment. Dann packe ich hier... ...den Verteidiger raus. Brecher. Und benutze das hier als Startparadigma. Okay. Paradigmen speichern. Speichern. Hä? Ne, okay. Alles klar. Ich speichere nichts. So. Ähm. Ja, ich... ...untersuche das hier, falls ich runterfalle, dass ich dann hier hinkomme. So, und... Ähm. Und jetzt? Was passiert nun? Moment. Stopp, 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 stopp. Du musst dich da rüber bewegen. Ich muss irgendwie da rüber. So, die Frage ist jetzt, wo ist rüber? Okay, ich aktiviere das hier jetzt einfach nochmal. So, jetzt bewegt sich höchstwahrscheinlich dieses mittlere Teil, oder? Äh, ne, ich glaube... ...ich laufe gerade irgendwie... Ich glaube, hier muss ich viel später entlang. Ich dachte, ich würde da zu diesem Ding da oben hinkommen, aber da komme ich noch nicht hin. Okay, gut, ich muss nochmal auf die andere Seite. Weil... ...das Spiel möchte ja, dass ich auf die andere Seite gehe. Alles klar. Und dann lass mich mal zurück. Sehr schön. Schön, dass das hier alles einwandfrei funktioniert. Oh mein Gott, ich kann... ...wenn ich ganz viel Glück habe, direkt durchlaufen. Bitte, beweg dich nicht. Danke, jetzt darfst du. Krampen, beweg dich. Tschiuu. Sehr schön. Okay. So. Was ist hier los? Hm, ich verstehe schon. Okay, alles klar. Dann werde ich das jetzt bewegen. In der Hoffnung, dass die Treppe sich jetzt hier bewegt. Ähm. Wieso tut sich nichts? Liebe Treppe? Was haben wir für ein Problem? Okay. Untersuche ich es einfach nochmal. Ja, die Seite interessiert mich aber nicht. Ich muss ja hier. Diese Seite interessiert mich doch. Warum funktioniert das nicht? Ich muss wahrscheinlich doch von der anderen Seite darüber, oder? Also war das doch richtig. Ähm. Okay. Wir sind schon da. So. Vielleicht mit viel Glück komme ich dann direkt nochmal rüber. Komm, dreh dich schon. Was ist da hinten das Rote? Ist das eine Leiter? Ne, das ist eine Antenne. Sieht zumindest so aus, als wäre es eine. So, höchstwahrscheinlich muss ich hier jetzt wieder kämpfen. Wow. Das Spiel verschont mich. Ich bin überrascht. Naja, da oben werde ich höchstwahrscheinlich schon mal kämpfen müssen. Aber das ist ja auch okay. Ist ja kein. Ist ja kein Problem. Red ich einfach nur ein bisschen schneller. Ja, ich könnte da runterspringen, aber. Klingt uns ja nichts. Ups, da wäre auch keinem geholfen, wenn wir das tun würden. So. Hier hoch. Und dann jetzt direkt schnurstracks hier rüber. Hast du die ganze Zeit hier gestanden, no? So. Dieses Teil bewegte sich ja nicht. Ne? Sehr schön. Okay. Perfekt. So, Moment. Ich hätte da jetzt aber auch laufen können. Das würde allerdings nur funktionieren, wenn ich dann diese Kugel hier auf Liga schalten würde. Gut. Mache ich später. Gucken wir erstmal hier. Das war so klar. Und wer stört? Du. Okay. Okay. Ja, alles klar. Oh shit. Ich sollte angreifen. Schneller. Oh Mann. Ja, dass ich wenigstens im Hasszustand bin. Ja. Okay. So. Dann gebt ihm. Ja, komm schon. Der ist aber jetzt in der Pressure-Rolle, ne? Ja, vielleicht war das dann doch nicht so gut. Vielleicht hätte ich ihn doch in der Verheerler-Rolle lassen sollen. Aber ich mein, so verliert er halt echt einiges an... an... DP, KP. So, wie viel hat der noch? Okay. Das hier wird jetzt schon echt grenzwertig hier. So, komm schon. Blitzfall. Wollt der sich echt nochmal heilen? Na gut, wir haben es ja überlebt. Ist doch ein bisschen besser gewesen als in der Verheerler-Rolle, oder? Schau da, Element. Ähm. Oh, jetzt... Oh Mann, jetzt hat er mich wieder komplett hier rausgeworfen, weil ich nämlich nicht weiß, wo ich hier bin. Ah ja, stimmt. Ich wollte da rüber. Alles klar. Sehr schön. Stehen bleiben. Ich habe mich hier voll aus dem Konzept gebracht. Da muss ich auch rüber. Ich muss noch zu dieser Kugel. Auf jeden Fall. Oh, okay. Ich könnte jetzt auch hier entlang. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja erstmal... Ich hoffe, der zieht jetzt nicht so schnell daran vorbei, hier an dieser Ecke. Sehr schön. Oh mein Gott, wie ist die denn jetzt gesprungen? Manchmal springt die auch komisch. Manchmal ein bisschen merkwürdig hier mit dieser Dame. Okay. Halte Kai ist auf. Ja. Da dachte ich mir, dass das jetzt wieder passiert. So wie am Anfang der Folge, als ich euch leider noch nicht mit dabei hatte. Aber genau dasselbe ist da geschehen. So, tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Der hat sich auch geheilt. Kannst du das mal sein lassen? Und dann fängt er hier direkt mit dem Sturmkommando hier an. Also mit seinem Stürmen. Der ist... Dieser Angriff ist tödlich. Kann ins Auge gehen. So, okay. 500 Gil. So, Moment. So, erstmal möchte ich das hier aktivieren. Ne? Ganz klar. So. Und hier ist diese Treppe, die sich nicht bewegt. Aus welchen Gründen auch immer. Aber ich muss da irgendwie drauf kommen. Okay. So, Moment. Dann könnte ich jetzt eigentlich so nochmal zurückspringen. Oder obwohl. Was ist denn da auf dieser Fläche, da unten? Oder ist das da oben? Was ist denn die Fläche? Da unten. Das Spiel möchte höchstwahrscheinlich, dass ich da runterspringe, ne? Was ja nicht schlimm wäre, weil ich werde nochmal hier hingebracht. Okay, Moment. Das ist gar kein Thema. Das hier ist ja dann auch easy. Ich habe dann auch da keinen extra Weg oder so. Aber ich habe es geschafft. Und die Königswehr. So, Moment. Königswehr. Ausrüstung. Accessoire wäre das, würde ich mal meinen. Ähm. Ich würde mir das gerne mal anschauen. In dem müsste ich aber aufs Inventar. Ähm. Accessoire. Königswehr. Schadensresistent plus 15%. Angriffsmallus. Physische und magische Resistenz steigt um 15%. Physische und magische Angriffskraft fällt. Das ist halt natürlich nicht so toll. Ne? Das mag ich natürlich nicht so. So, jetzt kann ich ja mit Rückengewissen hier runterspringen. Denn ich werde ja automatisch nochmal nach oben gebracht. Ganz genau. Okay. Das war ja dann schon mal so ein bisschen easy. Ähm. Schaffe ich es von hier auf die Treppe? Das würde mich ja mal interessieren. Ich muss nämlich irgendwie auf die Treppe drauf kommen. Denn die scheint sich nicht zu bewegen. Egal. Ob ich. Sehr schön. Ich bin aber drauf. Aber hier oben gibt es nichts. Super. Dann habe ich nämlich jetzt auf der Karte die 83%. Das hier sind nämlich die 3% gewesen. Achso. Dann komme ich hier einfach nur nochmal da hin. Da könnte ich jetzt halt nochmal hinspringen. Ja gut. Da werde ich jetzt nicht mehr zurückkommen. Also muss ich mich nochmal fallen lassen. Ist egal. Aber ich möchte halt diese 100% hier in diesem. In der Kartenansicht. Schon erreichen. Ähm. Okay. Super. Dann hätte ich das jetzt auch getan. Dann muss ich jetzt nochmal da rüber. Von dort aus könnte ich da auf diese Ecke kommen. Du würdest dich wahrscheinlich drehen, damit ich da nach hinten komme. Aber ich habe ja erstmal noch hier diese anderen Stellen. Die ich erstmal besuchen möchte. Gut. Ich würde sagen, ich nehme jetzt erstmal hier in der mittlere. Also das mittlere. Das so mehr auf der linken Seite. Das würde ich jetzt erstmal zuerst nehmen. So. Wie war das hier? Drehst du dich? Drehst du dich nicht? Drehst du dich nicht? Nicht. Ja. Muss es ja auch nicht, ne? Denn ich muss ja hier auf dich drauf springen. Denn von dir aus komme ich ja da hin. So. Aber. Da gibt es nichts. Außer, dass ich halt da die Treppe. Treppen. Hochlaufen könnte. Und was das, wo wir dann hinkommen. Ähm. Oh Mensch. Jetzt muss ich mal gerade ein bisschen nachdenken. Ja. Dann kämen wir da oben hin. Vielleicht gibt es ja da was, was ich mitnehmen kann. Ist egal. Hauptsache ich bin auf dieser Plattform gewesen. Und dann muss ich höchstwahrscheinlich die Würfelfarbe ändern. Und dann nochmal auf, ja, was für eine Farbe ist das denn? Magenda? Würde ich jetzt einfach mal annehmen. Super. Das hätten wir geschafft. So. Und dann sind wir hier auch schon gewesen. Super. Und. Da vorne gibt es was für mich. Und da komme ich aber nur hin. Hä? War nicht auf der Karte eingezeichnet da hinten. Warum ist das nicht? Ah doch. Das bewegt sich. Ja, sehr schön. Habe ich aber ein kleines Problem, oder? Muss ich jetzt aufpassen. Muss das nochmal so machen, wie ich das eben gemacht habe. Moment, da hatte ich hier so gestanden, ne? Oh my God. Scheiße. Ich habe nicht. Ich habe doch gedrückt, aber zu spät. Oh, Feierabend. Wo bin ich denn jetzt? Ah, okay, alles klar. Das ist gar kein Thema. Ich komme mich auch wieder hin. Ah, das Timing war blöd. Ich muss springen, bevor sich das Teil bewegt. Wenn ich... Ah ja, super. Das ist natürlich richtig toll. Ne? Das ist ganz, ganz toll. Oh. Ja, ich merke jetzt, wie ich hektisch werde und das einfach nur so schnell wie möglich hinter mich springen möchte. Ich meine, 83 Spielzeilen haben wir ja schon. Bald haben wir es. Also, ich kann euch schon mal sagen, dass das hier nicht mein Lieblingsort ist, ne? So viel kann ich euch schon mal verraten. Ähm, hallo? Dieses Schneegebiet hat mir gefallen. Peace, Will. Aber ich komme da irgendwie ja nicht weiter, ne? Das ist ein bisschen schade, weil... Das hat mir bisher richtig gut gefallen. Aber dazu dann mehr zu dem... Fazit am Schluss. Hm. Da ist das. Ich hätte mir vielleicht vorher anschauen sollen, wie dieses Ding sich bewegt. Ich dachte, das würde sich anders bewegen. Ah, schaut mal. Mein Moki und No sind da hinten. So, okay. Dann das Ganze noch einmal. Oh my God, nein! Ich hatte es fast! Oh shit! Super. Bin nochmal abgestürzt. Ganz toll. Bin gar nicht richtig drauf gewesen auf der Plattform. Hätte vielleicht noch ein bisschen warten sollen. Schade. Gut. Auf ein neues. Dann wollen wir das Ganze noch einmal probieren. Ähm. Stell mich mal hier hoch hin. So, jetzt. Nein! Oh man, Fazit. Ich bin genau an der Ecke gesprungen. Wie dumm. So. Noch einmal. Hoffentlich klappt es jetzt. So, das war perfekt. Ich bin einfach nur direkt in diese Lücke gesprungen. So unfassbar dumm. Ich muss halt einfach nur länger in der Luft bleiben. Jetzt. Ja! Super! Perfekt! Wo komme ich denn da hin? Ey, ist das jetzt dein Ernst? Ist das jetzt dein Ernst? Wie soll ich denn da hinkommen? Oh oh. Super. Und das Ganze jetzt noch einmal. Ja. Super. Der ganze Weg ist umsonst gewesen. Der ganze Weg ist umsonst gewesen. Dann stehe ich da und komme nicht rüber. Ah, ich muss da höchstwahrscheinlich noch mal irgend so ein Fragment abgeben. Um da irgendwas Spezielles zu bekommen. Was ich dann Tolles kann. Keine Ahnung. Vielleicht kann ich mich dann irgendwie so rüberziehen. Oder so. Keine Ahnung. Das ist ja jetzt ärgerlich. Ey, sag mal. Wie schnell bewegt sich das denn da hinten bitte? Sieht ja schon fast aus wie eine Wippe. Okay, jetzt bewegt es sich seltsamerweise nicht mehr. Ich habe gerade eben voll schnell bewegt. Dieses L da hinten. Das bewegt sich aber jetzt nicht mehr. Jetzt bewegt es sich. Okay. Aber bewegt sich irgendwie auch nur einmal im Schaltjahr. So, Moment mal. Jetzt muss ich die Karte hier nochmal öffnen. Ähm, ich sollte wohl jetzt... Sollte ich hier runterspringen? Nee, oder? Warum sollte ich denn hier runterspringen? Um einfach da rüber zu kommen? Nee, 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 nee. Nee, ich muss hier rüber. Genau, hier rüber. Das war mir so klar. Das könnt ihr sowas von vergessen. So, einfach mal hier stehen bleiben. Oh mein Gott, stehen bleiben ist vielleicht der falsche... Ja. Ich muss nochmal die Karte öffnen, weil ich keine Ahnung habe, was ich hier eigentlich mache. Darüber. Äh... Hä? Nee. Darüber. Ah, aber ich glaube, ich ziehe da einfach vorbei, ne? Ich muss die Karte... Ach, die Karte, den Würfel. Ähm, ich muss die Farbe ändern, damit er hier anhält. Ja, ergibt Sinn. Obwohl, ich könnte das auch so probieren, einfach so rüber zu springen. Das dürfte, glaube ich, gar nicht so schwer sein. Anders ist das schwieriger. Aber so dürfte das eigentlich gar kein Thema sein, oder? Das dürfte doch eigentlich ziemlich... ...easy sein, oder? Probieren wir es einfach mal. Ich meine, mehr wie runterfallen kann ich nicht. Aber ich kann es halt. Ne? Das ist halt blöd. Man kann runterfallen. Ich muss einfach nur im richtigen Moment runterspringen. Statt da jetzt einfach rüber zu laufen, ne? Schon ein bisschen blöd. Warum hat das nicht funktioniert? Das Spiel möchte mich einfach nur ärgern. Oder? Das Spiel möchte mich einfach nur ärgern. Und die Leute bestrafen, die faul sind. So wie ich. Obwohl ich ja eigentlich gar nicht faul bin. Willst du mich verarschen? Ey, dieses Gebiet nervt mich dermaßen. Eigentlich, im Grunde genommen, nervt mich hier jedes Gebiet. Weil entweder macht das Level hier, was es will. Wie dieses hier. Und dem einen Level tauchen Gegner auf. Einer nach dem anderen. Alles ein bisschen... Schrecklich. Das ist einfach schrecklich. So, komm her jetzt. Ey, immer dieses ewige Gewarte hier. Oh, ich bin da zu ungeduldig für. Echt. So, komm, schaff dich bei. Das ärgert mich da, dass ich da jetzt mich so darüber gekämpft habe. Und stehe davor und komme nicht rüber. Oh, um da diese Kiste zu öffnen. Das ist echt ärgerlich gewesen. Das ärgert mich immer noch. Ist da unten auf dieser Plattform irgendwas? Ob ich da irgendwie runterspringen kann? Wir lassen es einfach. Ich sollte vielleicht am besten die Augen zumachen und einfach nur so geradeaus gucken. Und nicht über den Tellerrand. Das bringt mir nur Probleme. Da unten ist das. Ich muss da runterspringen. Okay, alles klar. Da unten ist das Teil. Da muss ich hin. I'm coming. Ich komme. Aber sowas von. Aber sowas von, mein Freund. Da unten. Okay. Darüber. Und dann kann ich von da bestimmt da runterspringen. Kein Thema. Ja, da muss ich den Weg halt nochmal entlang laufen. Oder. Lasst auf. Ich bin von der ganz cleveren Sorte. Auch wenn man mir das vielleicht gar nicht zutrauen mag. Aber. Ich werde das jetzt erstmal aktivieren. Dann habe ich den Laufweg nicht. Dann habe ich mir den schon mal gespart. Die Monster jetzt höchstwahrscheinlich nicht. Die jetzt hier vielleicht auftauchen werden. Ah doch. Das Spiel meint es wohl gut mit mir. So. Da muss ich hin. Okay. Würde ich sagen. Und. Let's go. Wuhu. Ah, ich muss das vielleicht umdrehen. Oder? Nee. Zack. Geht. Wunderbar. Mokri, du weißt, was du zu tun hast. Perfekt. Bitte sei was Tolles. Ach, echt jetzt. Deswegen. Deswegen habe ich mich hier so zum Affen gemacht. Wegen einem Elixier. Ganz schlechter Scherz. Scherz. Ganz schlechter Scherz. Ja, das ist mal was ganz anderes hier. So, ich gehe mal stark davon aus, dass ich das hier jetzt aktivieren muss. Um da hinten rüber zu kommen, ne? Oh, komm, bleib stehen, bis ich drüben bin. Komm, bitte, 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 bitte bleib. Bitte dreh dich nicht weg. Oh. Das hat sich gedreht. Warum? Was soll das denn jetzt bringen? Ey, ist das dein Ernst? Ich muss da rüber. Ey. Die wollen mich doch jetzt echt alle auf den Arm nehmen, oder? Ey, ich muss hier rüber. Dreh dich. Ey, das ist ja wohl jetzt ein Scherz, oder? Was soll das denn bringen? Oder muss ich da drauf? Okay, das hier wird jetzt gerade tricky. Moment mal. Ich spring nochmal hier rüber, weil ich nämlich gerade... ...Schiss habe. Ähm, wie soll das funktionieren? Muss ich von da dann da rüber springen? Ja, das kann gar nicht funktionieren. Oh man, wie blöd ist das hier bitte? Ähm, okay. Ähm, ich werde das hier mal nochmal deaktivieren. So, deaktivieren. Moment mal, wo komme ich denn hier vorne eigentlich hin? Ups, Entschuldigung. Ich bin gerade mit meinen Fingern und schon wieder gegen das Mikrofon gekommen. Ähm, hier haben wir diese Treppe. Ja, und das bringt mir jetzt was. Ja, von hier bin ich gekommen. Ich bin da vorne schon gewesen. Ich bin auf der Treppe da gewesen. Auf der Treppe bin ich auch gewesen. Hä? Stumm. So, bin ja jetzt überall gewesen, ne? Da und da bin ich gewesen. Dann kann ich ja jetzt weiterziehen. Wie komme ich denn da jetzt hin? Scheine ja auf dieser Treppe aber schon mal gewesen zu sein, laut der Karte. Ähm, okay. Probieren wir es einfach mal. Ja, danke. Perfect Timing. So, Moment. Und Karte. Da muss ich rüber. Ja, da möchte ich ja auch hin. Das ist so mein Ziel, das ich habe. Da vorne ist auch wieder was, was sich aber nicht auf der Karte aufgezeichnet ist. Und warum das auf der Karte nicht aufgezeichnet... Ich komme nicht rüber, es funktioniert einfach nicht. Was ist das für eine Scheiße? Warum geht das nicht? Die wollen mich doch alle ärgern. Die wollen mich doch alle verarschen. Okay, erstmal auf die andere Seite. Muss ich mich da umgucken? Muss da irgendwas übersehen haben? Was ja nicht sein kann, weil drüben auf der anderen Seite geht es ja gar nicht weiter. Das ist doch hier mein anderes Problem. Okay, ich probiere mal da vielleicht irgendwie was zu drehen. Dass ich da nicht rüberkomme, ist echt eine Frechheit. Ich bin hier perfekt rüber gesprungen eigentlich gerade eben. Das macht mir manchmal Angst mit dem Gespränge. So, danke. Genau, da hinten möchte ich jetzt hin. Also irgendwas scheint sich ja dann zu ändern, wenn ich da hinten diese Farbe ändere. Was ist denn hier los? Wo kommen wir denn hier hin? Okay. Ich springe einfach mal. Achso, ja. Das hier kennen wir doch. Ne? Ja, mein Freund, das kennen wir alles. Ich gehe mal davon aus, wenn ich diese Farbe da hinten ändere, dass sich das dann in diese Richtung hier treten, dass ich dann da oben entlang laufen kann. Würde ich jetzt einfach mal annehmen, dass dem so ist. Wow. Oh, ich wäre fast nicht gesprungen. Moment, wie komme ich da rüber? Das ist wieder auch so ein Ding. Vielleicht muss man dafür studiert haben. Ja, und ich habe nicht studiert. Das liegt daran, dass ich faul gewesen bin in der Schule, ne? Nicht gerade unbedingt dumm, aber faul. Mir waren Freunde wichtiger. Was ziemlich blöd gewesen ist, weil ich habe mit den Freunden, mit denen habe ich heute alle gar nichts mehr zu tun. So, schnell hier rüber. Ja, aber ich wollte nicht hören. Und du lernst für dich, du lernst nicht für uns. Ja, ja. Ich habe alles nicht so wahrhaben wollen. Ich meine es ja jetzt nicht so, als wäre jetzt aus mir nichts geworden, ne? Aber, ähm, ich habe halt nicht studiert. So, ähm, dann probiere ich jetzt mal, was jetzt passiert, wenn ich das hier tue. Es dreht sich jetzt in die andere Richtung, na, immerhin. Dann ist das, was ich mir gedacht habe, passiert. Musste das jetzt sein? Konntest du? What the? Damit habe ich nicht gerechnet. Das kam unerwartet. Das kam unerwartet. Das war... Bin ich maximal verwirrt. Ähm, was genau? Welches ist das jetzt gewesen, das ich hier jetzt gedreht habe? Du, oder? Ja. Oh mein Gott. So, komm, Beeilung. So, und du drehst dich jetzt auch nochmal, ne? Genau. Sehr schön. Wow. Ich weiß nicht. Ich springe immer in die andere Richtung, obwohl ich in die richtige Richtung sie steuere. Ja, das ist ja perfekt gerade angekommen. Wunderbar. Schön, dass das alles so reibungslos funktioniert. Super. Und dann sind wir jetzt auch schon weiter vorne. Juhu. Super. Aber trotzdem haben wir hier noch zwei Stellen, die auf der Karte nicht eingezeichnet sind. Und, ähm, ich nicht weiß, wie ich da rüberkomme. Vielleicht muss ich von weiter oben da runter springen. Okay, das werden wir gleich sehen. So, gibt's hier oben einen Charakter, an dem ich mich vielleicht absichern kann? What the... Oh nein, der rote Beermob. Und dann noch sein Heiler-Friend, der Felix. Ja, den sollten wir als erstes angreifen. Der will den heilen und supporten und so. Oh, das ist nicht so toll. Warum dauert das so ewig lange, bis man den down hat? Ey, dieser Felix, der verliert einfach gar nichts. Ah doch, er hat jetzt ein bisschen was verloren. Oh, super. Und ich bin kurz vorm Tod. Der ist ja jetzt... Der hat sich geheilt. Die heilen sich. Ey, das ist doch eine Sauerei. Ja, diesen Kampf hier werde ich höchstwahrscheinlich nicht überleben. Aber ich meine, in Final Fantasy 13.2 ist das gar nicht so schlimm. Wenn man kaputt geht. Der ist ja blöd. Wie oft könnt ihr euch dann heilen? So, komm, greift den an. Aufspießen. So, das war's mit meinem goldenen Chocobo. Ey, das ist der Wahnsinn. Die halten so viel aus. So, das war's. Ja, ist aber kein Thema. Gegen den roten Behemoth habe ich irgendwie keine Chance. Aber der Tag wird kommen. So, jawohl. Kampf neu beginnen, in Anführungszeichen. So, jetzt bin ich wieder hier. Okay, Moment. So, einfach hier rüber. Vergiss es. Rote Behemoth. Das ist doch hundertprozentig nochmal der rote Behemoth, ne? Ja, mit seinen anderen Friends. Oh, ich sollte vielleicht weiterziehen. Wäre vielleicht gar nicht mehr so verkehrt. Wuhuuu. So. Chocobocolina. So, Moment. Da unten. Ich kann da bestimmt hinspringen, oder? Habe ich auch einen Kaktor hier? Wunderbar. Dann möchte ich den jetzt erstmal aktivieren. Aber das Spiel sagt nein. Nein, du musst nicht kämpfen, Chaius. Yul, hörst du das? Dein Weg führt nur zu Schmerz und Schmerz. Es ist nicht zu late. Du kannst immer zurückkehren. Yul, was meinst du? Was wird passieren? A cruel feint. Endlich wiederholen mit einer Hoffnung von Verlust. Ich kann nicht sehen, wie ein Zukunft. Du bist falsch, Yul. Ich glaube in Hoffnung. Aber was ist, wenn Hoffnung nicht existiert? Ich kann nicht zurückkommen. Nicht mehr. In meinem Welt, du nicht mehr existierst. Ein Welt, ohne dich, ist kein Welt. Ich habe nicht den Macht, um dich zu stoppen. Die Wahl muss deinem und deinem allein sein. Auch wenn die Zukunft, die du wählst, ist zu erledigen. Ja, ja, aber so weit sind wir ja noch nicht, ne? Wir wollen hier noch ein bisschen was mitnehmen, was hier noch so rumliegt. So, ich kann auf jeden Fall zu dieser Plattform runterspringen. Ich dachte, dass wir hier jetzt vielleicht noch kämpfen würden. Halte Chaius auf. Ja, ja. So, Moment. Das hier möchten wir erstmal öffnen. So, Kontra-Artefakt, letzter Kampf erhalten. Ist ja ein Ding. So, ähm. Mal gucken, was du jetzt so an Ware hast. Vielleicht hast du ja jetzt neue Sachen. Das hier ist auch jetzt nicht das Ende, oder? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ähm. Ja. Super. Das scheint es dann gewesen zu sein. So, Moment mal. Ähm. Was möchte denn... ein Chogobo haben? Lebensextrakt, ne? So, dann kaufe ich mal davon. Oh mein Gott. Ja, okay. Ich kaufe zehn Stück. Varitäten. Gut, davon haben wir auch schon alles. Dann werde ich mal nochmal ins Pristarium gehen. The only thing that matters is whether I win or lose in this game called life. Mhm. Sehr schön. Ähm. Pristarium. Dann machen wir jetzt erstmal hier mit dem goldenen Chogobo weiter. Lebensextrakt. Oh, sieben Stück. Naja, super. EP-Bonus. Ist doch schon mal was. Ja, dafür reicht es nicht mehr für den Anschlag. Sehr, sehr schade. Ähm. Wie sieht es hier bei dir eigentlich aus? Ja, schau mal. Bei dir haben wir doch was. Nebelresistenz plus 44. Ja, bei dir kriege ich ein bisschen mehr. Was zusammen. Ach, wir kriegen da sogar noch mehr zusammen. Hier pro Kristall. Zwei Stück willst du nur. Ach, du meine Güte. Ja, das geht doch voll klar. Okay. Mehr haben wir jetzt auch nicht. Aber. Engel gelernt. Sehr schön. Was? Das Monster hat die maximale. Das Monster hat sein volles Potenzial erreicht und kann nicht weiterentwickelt werden. Ja, Stufe 40. 3249. Moment mal. Haben wir nicht noch einen Heiler? Der vielleicht ein bisschen mehr aushält. Oh, ne. Tatsächlich nicht, wie es ausschaut. Die haben kaum Heiler. Hier haben wir noch einen. Ja, den können wir vergessen. Ne. Scheint unser einziger Heiler zu sein. Ich meine, ich bin ja soweit mit ihm zufrieden, ne? So. Ähm. Was ist hier mit dir? Untersuchen. Okay. Nein, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Ich bin nur hier hingelaufen. So, da möchte ich hin. Weil ich kann nicht hier runterspringen, oder? Ähm. Okay. So. Hier haben wir aber noch einen Weg. Hier kommen wir ja noch irgendwo hin. So kämpfe ich jetzt hier auch gegen den ruhenden Behemoth. Lacht ja auch hier auf. Ähm. Nein. Das hier ist der andere. Also, der andere was? Ja, genau. Kein Behemoth auf jeden Fall. Ähm. Habe ich 100%? 95. Achso, ja. Das hier sind die anderen 5%. Okay, dann hätten wir ja soweit alles. Bis auf diese drei Stellen. Ne, zwei Stellen war es, ne? Wo die Schätze sind. Und die Stellen werden mir hier auch nicht angezeigt. Auf der Karte. Ich dachte, ich könnte da rüberspringen. Da hinten diese Kugel in der mittlere. Da diese Plattform. Die wird hier auf der Karte gar nicht angezeigt. Ähm. Okay. Dann muss ich mal was anderes probieren. Wer ist jetzt da? Ah ja. Okay. Oder wer ist jetzt da gewesen? Und hier kann ich da auf diese... Oh mein Gott. Kann ich überhaupt auf diese anderen Würfel drauf springen? Moment. Choco Bocolina. Hier haben wir noch was. Dann wollen wir das erstmal aktivieren. Knack. So. Was jetzt hier aber geschehen ist, wissen wir nicht. Wahnsinn, oder? Ich weiß nicht, wie ich da rüberkommen soll. Von hier aus schaffe ich das nicht. Ich glaube, diese Würfel da springen kann. Die von da unten hochkommen. Ich glaube, bei denen springe ich einfach vorbei. Ich kann nicht auf die drauf springen. Probier's mal hier. Ich meine, ich werde ja nochmal zurückgebracht, wenn's nicht funktioniert. So, Moment. Zieht hier gerade irgendwo einer an mir vorbei? Ansonsten wüsste ich nämlich nicht, wie das funktionieren soll. Aber mir wird's noch schwindelig. Ähm. Moment. Ja, ich weiß. Oh, dann sind die noch zu zweit. Dann ist so ein kleiner Grüner mit dabei. Okay. So, Moment. Ich muss jetzt nur auf den perfekten Moment warten. Nee, hier zieht einfach nichts an mir vorbei. So, Moment. Hämme ich jetzt hier auf den drauf? Nee, ne? Schade. Wie komme ich da runter auf diese Plattform? Alles klar. Vergessen wir es einfach. Vergessen wir es. Ziehen wir... Ach du meine Güte, ich bin schon bei 52 Minuten. Sie sind schon mit der Launch startet? Nein. Ich glaube, wir sollen besser gehen. Hoops Cocoon ist gerade vor. oh mein gott das ist behemoth na behemoth meinte ich behemoth nicht behemoth das hier ist ja behemoth er hilft uns da ob oh hi wie ich gerade sind so lieben winkel das das Könnt ihr uns vielleicht noch an die anderen Plattformen bringen? Da sind noch Kisten, die ich gerne mitnehmen würde. Wahnsinn, wie geil das aussieht. Echt. So, Moment, kann ich auf die Starttasse drücken? Ja, das kann ich. Oh mein Gott, und ihr werdet mich jetzt höchstwahrscheinlich hassen. Aber Leute, wir sind bei einer Aufnahmezeit schon für 55 Minuten. Und ich bezweifle sehr, dass ich den jetzt in 5 Minuten down bekomme. Ich werde aber im Anschluss die nächste Folge aufnehmen. Und, ähm, ja, ich weiß, ich bin gemein. Und es tut mir so leid, dass ich jetzt hier die Folge beenden muss, Leute. Es tut mir echt leid. Aber, in der nächsten Folge geht es hier weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.